Würdest du dich von mir trennen, wenn du dafür 200 Millionen Dollar kriegen würdest? Sei ehrlich, Thomas. Du kannst dir sehr viel Essen bestellen für 200 Millionen Dollar. Also trennen ist ja zum einen nicht final. Es wäre jetzt was anderes, wenn du sagen würdest, würdest du ein Baby töten oder so. Das wäre ja wirklich quasi... Weil man sich trennt, kann man ja auch wieder zusammenkommen. Nein, wir können nicht wieder zusammenkommen. Wir können nie wieder zusammenkommen, 200 Millionen. Und ich hasse dich dann auch öffentlich. Und ich mache dann auch so Musik drüber, wie blöd du bist. Aber ich finde 200 Millionen ist schon viel. Da kannst du Schulen bauen, Krankenhäuser. Ja, aber wenn du dann immer traurig bist, was machst du denn da für toxische Schulen? Ich glaube, es ist die ehrliche Antwort und ich glaube, du hast recht. Ich glaube, jeder würde das machen. Für 200 Millionen eine Person verlassen, da kannst du so vielen Menschen mithelfen. Du kannst so vielen Menschen Augenlicht schenken für 200 Millionen. Also Thomas, das ist doch nicht das Erste, was du machst, wenn du 200 Millionen auf dem Konto hast. Nee, ich würde mir natürlich erst mal ein Delfinarium holen. Und dann 20 Jet-Skis. Und dann eine neue GoPro. Ja, das ist das Erste. Dann eine neue GoPro. Vielen Dank.